So, bei uns ging eben die Serien los. Es ist noch nicht klar, was passiert ist. Wir haben aber mein Sportfest. Wir stehen hier auf jeden Fall. Irgendwie. Mal gucken, was noch passiert. Unsere Feuerwehr, die da steht, hat kein Blaulicht an. Die da steht, hat Blaulicht an. Wir wissen jetzt nicht noch, was passiert. Auf jeden Fall müssen wir hier schon gestatten haben, weil eben ist erst die Sirenen losgegangen. Und da hinten, ganz weit hinten, ist die Feuerwache. Aber ist ja auch Sportfest, ne? Na gut, auf jeden Fall fährt im Moment noch keiner. Das ist die Feuerwehr aus Hasenkrug. Das Dorf, was hinter uns ist. Und das ist das, das unsere Feuerwehr, wie ich auch schon gesagt habe. Aber die Sirene ist losgegangen. Okay, egal. Okay, es hat sich geklärt. Die Sirene war nur 12 Uhr. Ziemlich kurzer Anzug. Da hinten kommt nicht mehr. Okay. Und hier ist es. Hätte ich mal auf die Uhr geguckt, dann hätte ich das gewusst, dass es 5 Uhr ist. Gut, dann war es das auch schon wieder. Bis zum nächsten Mal.